Guten Morgen. Ich bin hier im Kibale Nationalpark, ganz im Westen von Uganda, schon fast an der Grenze zur Republik Kongo. Die Nacht habe ich hier an diesem See verbracht, in einer kleinen Hütte und habe dem Mitternachtskonzert des Dschungels gelauscht. Es hat dann irgendwann in der Nacht aufgehört und jetzt stimmen sich die Musiker schon langsam wieder ein. Mit den Nilpferden hat man wohl die Übereinkunft getroffen, dass jeder so ein bisschen in seinem Bereich bleibt. Jeder lässt jeden in Ruhe, dafür dürfen die Nilpferde ins Wasser pinkeln, das dürfen wir nicht.